Im Prinzip ist alles klar mit der Vererbung. Die DNA bestimmt, was aus uns wird. Ein-Eige-Zwillinge sehen sich nicht nur ähnlich, sondern sie haben sogar die gleichen Veranlagungen, eben weil sie das gleiche Erbgut haben. Doch trotz der DNA, je älter sie werden, desto unterschiedlicher werden sie. Und es gibt sogar Fälle, in denen wird ein Zwilling schwer krank, der andere bleibt gesund. Wie kann das sein? Wir sind sicherlich mehr als die Summe unserer Gene. DNA-Sequenz alleine bestimmt nicht unser Schicksal. Hier kommt die Epigenetik ins Spiel. Und Epigenetik erforscht, wie Umwelteinflüsse Genaktivität regulieren und auch wie erworbene Eigenschaften zum Teil weitergegeben werden. Und sie wollen es ganz genau wissen. Thomas Jenuwain und sein Team am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Die Arbeitsgruppe will herausfinden, wie die Gene durch den Grad der Verpackung reguliert werden. Dafür forscht sie am Chromatin. Jenem Komplex aus DNA und speziellen Proteinen, aus dem die Chromosomen bestehen. Nur wenn die DNA locker gepackt ist, können zum Beispiel Gene abgelesen und in Proteine übersetzt werden. Die Forscher untersuchen, wie durch sogenannte epigenetische, also erworbene Veränderungen, an den Proteinen des Chromatins der Verpackungsgrad der DNA reguliert wird. Ein Blick in die Zelle. Die DNA ist ein zwei Meter langer Erbgutfaden, der in jeder Zelle steckt. Damit er dort hineinpasst, muss er aufgerollt werden. Wie bei einer Spule wird er um die Verpackungsproteine, die Histone, gewickelt. Sie kommen immer im Doppelpack als zwei identische Moleküle vor. Wir stellen vor, die Histone H2A, H2B, H3 und H4. Spule und Faden, oder besser gesagt Proteinkugel und DNA, bilden gemeinsam das Nukleosom. Alle Nukleosomen zusammen ergeben das Chromatin. Thomas Jenuwain konzentriert sich auf H3, sozusagen seinen persönlichen Verpackungsgehilfen, und ist damit der Regulation der Gene auf der Spur. Und Gene müssen abgelesen werden, um aktiv zu sein. Und Gene können nur dann abgelesen werden, wenn Chromatin geöffnet ist. Also, wenn die Nukleosomen wie in einer Perlenstruktur Platz schaffen, sodass der DNA-Faden abgelesen werden kann. Das ist offenes Chromatin, wie es zum Beispiel einer Stammzelle vorliegen würde. Im Gegensatz dazu gibt es auch sehr geschlossenes Chromatin, dicht verpacktes Chromatin, und da kann man sehen, dass die Zugänglichkeit des DNA-Fadens natürlich sehr begrenzt ist. Rückblick in die 1990er Jahre. Zu der Zeit kannte man bereits ein Protein, das bei der Fruchtfliege die Augenfarbe reguliert. Doch das Besondere, egal welche Augenfarbe die Fliegen besaßen, der dafür kodierende Genort war identisch. Es musste also einen bis dahin unbekannten Mechanismus geben, der zu dieser unterschiedlichen Ausprägung führt. Das ließ Thomas Jenowein keine Ruhe. Er untersuchte ein entsprechendes Protein der Maus, weil er wissen wollte, welcher Prozess dahinter steckt. Nach fünf Jahren Forschungsarbeit war das Rätsel gelöst. Ein Enzym, genauer eine Methyltransferase, verändert die Packungsdichte des Chromatins und damit den Zugriff auf die DNA. Im Jahr 2000 ist es uns gelungen, eine Methyltransferase zu finden, die erste weltweit. Mittlerweile weiß man, dass es über 50 Methyltransferasen gibt. Und diese Methyltransferase methyliert eben nicht DNA, sondern Histone und verändert damit den Verpackungsgrad des Chromatins, sodass Chromatin sich schließt und Gene stilllegt. Wie ein kleiner Amor heftet die Methyltransferase eine Methylgruppe an die Histone. Es ist der Liebesgott, der mit seinem Pfeil die Methylgruppe ins Herz des Verpackungsproteins H3 schießt. Dadurch wird H3 bindungswillig und kann nun eine Partnerschaft mit den passenden Damen, den HP1-Proteinen, eingehen. Sie spielen eine fundamentale Rolle bei der epigenetischen Regulation. Das Chromatin kann dadurch dichter gepackt und die DNA an dieser Stelle nicht mehr abgelesen werden. Thomas Jenowain ist der Entdecker der Histon-Methyltransferasen. Mit seinen Arbeiten hat er einen Meilenstein in der Epigenetik gelegt. Doch das war erst der Anfang. Inzwischen haben die Forscher noch zwei weitere Methyltransferasen gefunden. Wie wichtig diese Enzyme sind, sieht man, wenn man das dichtgepackte Chromatin, das sogenannte Heterochromatin, unter dem Mikroskop anschaut. Die Forscher haben es dafür mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert. Es leuchtet jetzt hellblau. Alles andere bleibt unsichtbar. Das Fleckenmuster zeigt, dass verschiedene Abschnitte des Erbguts als Heterochromatin vorliegen. Dazwischen liegen die weniger dichtgepackten Bereiche. Wenn die Forscher aber die Methyltransferasen in der Zelle blockieren, kann das Chromatin nicht mehr dicht gepackt werden. Es zerfällt. Durch gezieltes Ausschalten einzelner Methyltransferasen kann Thomas Jenowain bestimmen, an welchen Stellen des Chromatins Methylreste angeheftet werden. Das beeinflusst den Grad der Verpackung. Nur wenn alle drei Methyltransferasen richtig arbeiten, ist das Chromatin ganz dicht gepackt. Die Methyltransferasen benötigen natürlich Methylgruppen. Und die liefert unter anderem unser Essen. Eine Banane beispielsweise erhält viele Methylgruppen. Unsere Ernährung hat also nicht nur Einfluss auf unseren Stoffwechsel, sondern auch auf die Genregulation. Das zeigt das Beispiel der sogenannten Agouti-Mäuse. Mutationen können zur verstärkten Expression des Agouti-Gens und damit zu gelbem Fell und darüber hinaus zu Verfettung und Diabetes führen. Wenn man zwei schwangeren Agouti-Mäusen unterschiedliches Futter gibt, mit wenigen Methylgruppen, beziehungsweise mit vielen Methylgruppen, dann entwickeln sich die Mäusekinder unterschiedlich. Diejenigen Mäusekinder, die über das Futter der Mutter nur wenige Methylgruppen bekommen haben, werden gelb, krank und dick. Die anderen Mäusekinder hingegen bekommen ein braunes Fell und bleiben schlank und gesund. Durch Methylierung wird das Agouti-Gem wieder ausgeschaltet. Einige dieser Eigenschaften in Tiermodellen können auch für die nächsten Generationen weitergegeben werden. Also um es kurz zu fassen, es ist durchaus sehr wichtig, wie ich mich ernähre, wie gesund ich mein Leben führe. Das hat durchaus Auswirkungen für die Kinder und auch für die Enkel. Das hat mich noch vor, weil mir das vanilla nichtipes tun kann. Auf ihn bis jetzt! Vielen Dank.